Musik Voll dabei, dann reißen wir uns jeden Tag den Arsch auf. Jetzt sind wir gut in den Schuss, schon recht weit vom Training her. Da kann man gar nicht erwarten, dass alles losgeht. Ausdauerintervalle, das ist eine recht gute Mischung. Das ist zwar anstrengend, aber wir haben auch unsere Erholungstage. Wir haben schon verschiedene Trainingstage, aber heute war es schon recht hart. Und der Giovanni, der Trainer, lässt uns immer recht rum. Aber das gehört einmal dazu, damit wir dann das Altfarbele zu ziehen. Wenn wir so weitermachen, dann denke ich, dass wir topfit in die Saison reingehen. Dann kommen auch wieder Pre-Play-Obs oder auch direkte Qualifikation für Play-Obs in Angriff nehmen, oder? Ja, darüber will ich gar nicht reden. Da habe ich jetzt jedes Jahr immer irgendwas erzählt und nie so kommen. Deshalb kommt wieder Geld ins Rasenschwein und wir denken mal Spiel zu Spiel und dann wird es schon klappen.